Wir werden nächstes Jahr unsere E-Learning-Plattform ausbauen. Wir werden hier Good Habits, den größten Anbieter für Persönlichkeitsseminare aus dem Online-Bereich, mit hereinholen. Und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können völlig kostenlos, was sie wollen, aus diesem Angebot sozusagen nutzen. Hallo, liebe Löwen, zu einer neuen Folge in eurem Löwen-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört. Und langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und ich freue mich sehr, dass Bernhard Arbeiter bei uns ist, Personalchef bei Hartlauer. Er hat sich die Zeit genommen. Herzlich willkommen, Herr Arbeiter. Grüß Gott, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freue mich wieder. Herr Arbeiter, wir haben gerade so ein bisschen geplaudert im Vorgespräch, was wir im letzten Jahr getan haben. Familie und Beruf, Familienbewusstes führen, Familienbewusstes handeln. All das natürlich auch unter dem Dach der Vereinbarkeit im Handeln, nicht ganz einfach. Das war ja im letzten Podcast mit uns beiden ein großes Thema. Und über mehrere Jahre auch angelegt. Wo steht Hartlauer hier im Moment, Herr Arbeiter? Also da haben wir eine Fülle von Tätigkeiten und Aktivitäten natürlich auch 2024 mitgenommen. Wir werden auch nächstes Jahr zum Thema Familie und Beruf, also zum Thema Vereinbarkeit, auch wieder eine große Umfrage haben dazu. Das, was 2024 vielleicht das herausragendste ist und über was wir beim letzten Mal noch nicht gesprochen haben, ist, dass wir eine eigene Pflegestelle bei uns im Haus installiert haben, die sozusagen an zwei Tagen in der Woche unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung steht. Wo man beispielsweise, wenn man irgendwelche Fragen hat, rund um das Thema eben Pflege, ob es jetzt die Kinder sind oder nahe Angehörige. Und ich möchte wissen, was sind sozusagen meine Möglichkeiten? Was ist der gesetzliche Rahmen? Wie kann man sowas abwickeln? Aber auch, wo finde ich vielleicht Unterstützung zu einem Thema, einen Platz für mein Kind in den Ferien zu finden oder eine Anlaufstelle, weil meine Eltern beispielsweise Richtung Pflege eine Versorgung brauchen. Dann kann man sich an diese Stelle wenden. Das heißt, wir haben hier wirklich auch zusätzlich noch Ressourcen geschaffen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich dort unterstützen zu können. Das hört sich sehr spannend und sehr zeitgemäß an. Jetzt werden wir ein bisschen allgemeiner. Wie ist denn die aktuelle Situation im Moment am Arbeitsmarkt? Man hört aus allen Branchen so viel, oft nur nichts Gutes. Naja, also das kann man generell so jetzt nicht unbedingt sagen. Also auch die Entwicklungen, die es natürlich aktuell gibt, ist nach wie vor eine sehr dynamische Entwicklung, die einfach da ist. Das hat auch mitunter mal was Schlechtes, mal was Positives. Ja, es ist sicherlich dieses Jahr einfacher geworden, Menschen am Arbeitsmarkt anzusprechen und auch zu finden. Das merken wir auch. Das ist das eine. Das andere aber natürlich, dass natürlich rundherum halt sehr, sehr viele Themen einfach auch da sind. Die ganzen Krisen und Unsicherheiten und die ganzen Veränderungen, die da sind, wirken natürlich auf uns alle, auch auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch einer der Aufträge gewesen, die wir schon vor Jahren auch wahrgenommen haben und wo wir auch dieses Jahr speziell sehr, sehr stark in diese Unterstützungsthemen hineingegangen sind. Also alles, was das Thema mentale Gesundheit zum Beispiel betrifft, haben auch da die Angebote 2024 deutlich ausgebaut. Also es gab zusätzliche Online-Angebote dort dazu, Seminare. Wir haben auch heute gerade in der Akademie hier einen Präsenztermin, haben Termine in den Regionen gehabt, haben unsere Führungskräfte abgeholt dieses Jahr zu dem Thema. Das heißt, wir sind mit bestehenden Führungskräften in die Hartleu-Führungskräfte-Akademie gestartet, um ein bestmögliches Rüstzeug zu haben, auf diese individuellen Herausforderungen einfach auch reagieren zu können. Wir haben auch ein Austauschformat geschaffen über das kollegiale Lernen und Beraten, wo halt einfach Führungskräfte zusammenkommen, ihre individuellen Themen schildern und auch aus der Runde erfahren, wie die Kolleginnen und Kollegen das vielleicht schon gelöst haben oder lösen würden. Und über diesen Austausch kann man halt miteinander lernen und das ist auch eine der Voraussetzungen, gerade in dieser dynamischen Zeit, dass man gut und abgestimmt reagieren kann. Einerseits und andererseits auch gibt es ein trotzdem gutes Gefühl zu sehen, dass bestimmte Themen einfach auch woanders präsent sind, wenngleich sie nicht immer so angenehm sein müssen. Bernhard Arbeiter spricht es ja an. Wir sind im Moment gerade in der Löwenakademie, haben hier in diesem Jahr zwei Videopodcasts auch aufgezeichnet. Auf jeden Fall da noch einmal reinschauen auf YouTube, sind die anzusehen, sehr, sehr spannend. Und genau, das war auch ein Punkt. Auch Führungskräfte, hat es geheißen, haben die Möglichkeit, auch jeden Tag dazuzulernen. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, Herr Arbeiter, die aktuelle Situation bei Hartlauer. Was sind denn da die größten Herausforderungen am Arbeitsmarkt? Also die größten Anforderungen am Arbeitsmarkt sind einerseits, Hartlauer mal präsent zu machen, sozusagen bei allen, die halt potenziell interessiert sind, nachdem es nach wie vor eine sehr umkämpfte Zeit ist. Also man sieht das tagtäglich mit den Unternehmen, die sich präsentieren, halt einfach mit seinen Botschaften hier durchzukommen. Auch da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Wir haben also beispielsweise zum Thema Employer Branding, was wir auch im letzten sozusagen gemeinsamen Podcast kurz besprochen haben, diese Wahrnehmung, eine komplett neue Kampagne aufgesetzt. Wir haben unsere Karriereseite komplett neu aufgebaut, alle unsere sozusagen Touchpoints, die wir nach draußen haben, mit unseren neuen Messages, mit unserer sozusagen neuen Kampagne besetzt. Unsere Botschaften sozusagen noch einmal fokussiert, dass man sehr einfach auch verstehen kann, was macht Hartlauer als Arbeitgeber sozusagen aus, was macht Hartlauer so besonders. Auf der anderen Seite uns aber auch die Zeit genommen, auf die Dinge zu schauen, die vielleicht gerade in dieser Zeit als Painpoint bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen werden und haben auch diese Themen in Projekte hereingezogen, die wir bearbeitet haben übers Jahr und wo wir nächstes Jahr einiges ausrollen werden. Wir sind auch dieses Jahr im Herbst, also speziell jetzt im November auch draußen, noch einmal alle unsere Führungskräfte auf der einen Seite in dieses Thema Employer Branding hineinzuholen. Wir haben diese neue Arbeitgebermarke, wenn man so will, auch gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Leben erweckt. Es waren in Summe 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, die in verschiedensten Workshops Inputs geliefert haben zu dem Thema, um hier wirklich diese Quintessenz herauszuarbeiten. Das ist jetzt das, worüber wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen informieren, nämlich in einem zweiten Step auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften drauf. Da ist aktuell ein Brief, ein Infofolder hinausgegangen. Wir werden Goodieboxen jetzt Mitte November in die Geschäfte hinausschicken, wo halt wirklich die Kernbotschaften auch noch einmal drauf sind und der Appell für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ist, beschäftigt euch mit dem Thema, setzt euch mit dem auseinander. Und wenn ihr etwas habt an Geschichte, das für uns interessant ist zu dem Thema, bitte dann teilt uns das auch mit. Nehmen wir gerne auf. Hört sich extrem zeitgemäß an. Die Chancen haben wir schon ja auch angesprochen gerade eben. Und wenn wir in der Akademie sind, auch da kriegt man mit, was da dahinter steckt, welche Karrieremöglichkeiten dahinter stecken, was man alles für eine Laufbahn durchleben kann bei Hartlauer, wenn man das denn möchte und annimmt. Sind das auch die Chancen, die Hartlauer bieten kann jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen Firmen? Einerseits sich natürlich noch viel stärker als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Also wie zuvor schon erwähnt, Richtung Arbeitgebermarke einfach dort zu gehen, einfach hier durchzudringen, da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Sind auch hier stark gerade in dem Projekt drinnen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort einerseits abzuholen, dass das nach innen wirkt und andererseits natürlich auch, dass wir nach außen auf den bestehenden Plattformen einfach da sind und präsent sind und auch das, was uns ausmacht, dort zu präsentieren. Einerseits und andererseits natürlich, das ist ganz ein wesentlicher Punkt, wir sind ja heute gerade in der Hartlauer Akademie. Die Hartlauer Akademie ist, wenn man so will, ein Herzstück sozusagen von Hartlauer, wo sehr, sehr viel auch Richtung Kultur passiert. Einerseits das zu transportieren, was hier passiert, aber auch natürlich gerade diese Karrierewege, die uns eben ausmachen, wo halt die Akademie auch Dreh- und Angelpunkt einfach auch für die Personalentwicklung bei Hartlauer ist. Egal, ob ich jetzt als Quereinsteiger ins Unternehmen komme, ob ich als Lehrling ins Unternehmen komme über den zweiten Bildungsweg, wo es einfach tolle Möglichkeiten gibt, einen neuen Beruf zu erlernen, im neuen Beruf oder im bestehenden Beruf sozusagen noch einmal tiefer einzusteigen oder mich sozusagen als Führungskraft oder als Lehrlingsausbildner oder als Mentor im Unternehmen zu betätigen. Bei all diesen Wegen wird man unterstützt und darüber hinaus auch bei sehr, sehr vielen Themen rund um Persönlichkeit. Was einfach auch wichtig ist, es gibt heute diese klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit in der Form nicht mehr und deswegen nehmen wir uns auch dieses Themas ganzheitlich an. Wir wollten dieses Jahr auch wissen, einerseits wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Angebot sozusagen rund um Persönlichkeit sehen, wo wir gerade 2024 auch wieder hinausgegangen sind, um dieses Angebot breiter zu machen, beziehungsweise was sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach für die Zukunft wünschen. Und genau auf diese Wünsche wollen wir auch eingehen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr unsere E-Learning-Plattform ausbauen. Wir werden hier Good Habits, den größten Anbieter für Persönlichkeitsseminare aus dem Online-Bereich mit hereinholen und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können völlig kostenlos, was sie wollen, aus diesem Angebot sozusagen nutzen. Und das ist ganz breit, ob da jetzt zum Thema Konfliktmanagement etwas drinnen ist, ob ich ein Englisch-Seminar machen kann. Also ich kann auch wirklich Sprachen erlernen über die Plattform oder ob ich jetzt eine Unterstützung aus dem Office-Bereich oder ein Seminar zum Thema Schlafhygiene machen möchte. Also ich kann hier wirklich auf alles zurückgreifen, kann das modular nutzen und wie gesagt auch von zu Hause. Hintergrund ist ganz klar der, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich unterstützen, gerade bei diesen vielen Herausforderungen, die es aktuell gibt, gerade bei diesen vielen Themen, die halt rundherum wirken, um einfach sicherstellen zu können, dass sie widerstandsfähig sind im Arbeitsalltag, dass sie diesen Herausforderungen besser begegnen können und natürlich auch, dass sie, wenn immer es hier Themen gibt, auch eine Unterstützung vom Unternehmen haben. Wir haben ja auch im Hintergrund unsere Helpline, die nach wie vor da ist, mit auch sogar den Möglichkeiten, bis zur psychologischen Betreuung zu gehen, die wir auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kostenlos sozusagen zur Verfügung stellen und neben vielen, vielen anderen Programmen, die halt da sind, einfach hier wirklich ganzheitlich abzuholen, ganzheitlich betreut zu sein, in einem Umfeld zu sein, wo du einen spannenden, herausfordernden Beruf einfach hast, mit vielfachen Entwicklungsmöglichkeiten und das in einem Unternehmen, das halt auf persönliche Beratung und persönliche Betreuung setzt. Dort wissen wir, dort hat auch die KI sozusagen ihre Grenzen aufgesetzt und hier einfach wirklich auf etwas Zukunftsfähiges zu setzen. Was sind die Pläne für das Jahr 2025? Auf welchen Messen wird beispielsweise Hartlhoff vertreten sein? Also wir werden wieder zwei oder drei verschiedene Messen haben, die schwerpunktmäßig im Bereich Lehrlingsrecruiting oder Jugendliche liegen werden, die halt im Herbst oder Richtung Sommer stattfinden werden. Das haben wir wieder geplant, dort präsent zu sein. Wir werden aber viel, viel mehr Richtung Wahrnehmung machen, das heißt, wir werden Richtung Social Media gehen. Wir haben auch McDonalds beispielsweise gewonnen jetzt mit einem eigenen Programm, um in den McDonalds-Geschäften sozusagen auch Hartlhoff als Arbeitgeber zu präsentieren. Das heißt, wir werden einfach diese Präsenz verstärken auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie zuvor erwähnt. Wir werden diese Umfrage erweitern, wir werden unser Programm sozusagen Richtung Unterstützung ausweiten, und wir werden weiterhin Richtung Aus- und Weiterbildung stark auf diesen Themenbereich setzen, Unterstützung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das werden sozusagen unsere wesentlichen Schwerpunkte sein für das nächste Jahr. Zum Thema Onboarding und zum Thema Mitarbeiterjahresgespräch wird es auch ein Update geben. Und wir werden, und das ist auch ein ganz tolles Thema, wir werden Jobbotschafter suchen im Unternehmen, die über ihren Arbeitsalltag bei Hartlhoff berichten. Das heißt, jeder, der das gerne tun möchte, ist hierbei auch herzlich eingeladen, dort dabei zu sein. Das heißt, wenn wir dann diesen Call starten, um ein authentisches Bild vom Unternehmen nach außen zu zeichnen, sozusagen, dass auch schon der Call in diese Richtung gerne bitte sich hier zu melden, wenn man dort dabei sein möchte. Herzlich spannend, dann letzte Frage, Herr Arbeiter. Was wünschen Sie sich denn, der Dezember kommt, Weihnachten kommt, was wünschen Sie sich persönlich? Eine ruhige und besinnliche Zeit ist zwar natürlich immer etwas Schwierigeres in der Weihnachtszeit, weil die klassischerweise bei uns ein bisschen stressiger ist, aber das wünsche ich natürlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern draußen und mir natürlich selber, dass man einfach ein paar Momente hat, wo man zur Ruhe kommen kann und auch sozusagen mit entsprechender Energie auch ins neue Jahr dann starten kann. Es war interessant wie immer. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und das war der Löwen-Podcast für dieses Mal. Einen haben wir noch, liebe Löwen, nämlich den Dezember und dann wird Robert Haddler zu Gast sein. Ich freue mich schon wieder. Macht es gut. Bis dahin. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020